Hey Leute, vielen Dank, dass ihr den YouTube-Channel von Thomas Elektronik eingeschaltet habt. Ich bin Jana. Wir wollen euch heute mal die Erstinstallation, die Ersteinrichtung anhand eines Philips-Fernsehers zeigen aus der 2019er Serie. Heute am Beispiel des OLED 934 von Philips und ich würde sagen, wir legen direkt los. Zunächst einmal beginnen wir mit der Sprache, in der wir das Gerät betreiben möchten, logischerweise Deutsch. An der Stelle hat er jetzt sofort erkannt, dass wir das Gerät nicht per WLAN, sondern per LAN, also sprich mit festem Netzwerkkabel angeschlossen haben, hat es direkt mit dem Internet verbunden. Ansonsten solltet ihr das Gerät per WLAN verbinden wollen, zu dem wir nicht raten, aber manchmal hat man keine andere Möglichkeit, würde er euch an der Stelle fragen bzw. nach eurem Netzwerk suchen, gebt ihr euer Passwort ein und auch dann seid ihr mit dem Internet verbunden. An der Stelle könnt ihr euch jetzt mit eurem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn ihr eins habt, wenn nicht, könnt ihr natürlich auch eins erstellen. Sprich, da geht es letztendlich darum, dass ihr den Google Play Store, sprich den App Store von Google für diesen Fernseher nutzen könnt, um euch weitere Apps runterzuladen. Viele sind schon voreingestellt, wie zum Beispiel YouTube, Netflix und Co. Aber es gibt ja doch mal das ein oder andere, was man individuell herunterladen möchte und das würde dann über den Google Play Store funktionieren, in Verbindung mit eurem Google-Konto. Hier einmal wie üblich die Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung, was erlaubt ihr dem Fernseher, worauf darf er zugreifen, auf euer Nutzerverhalten letztendlich, welche Inhalte darf er euch ausspielen. An der Stelle stimmen wir auch einfach mal zu Standort in Verbindung mit HBB-TV, sprich Mediatheken. Wo betreibt ihr das Gerät, dass der Fernseher euch halt auch entsprechend richtige Inhalte ausspielen kann. Das könnt ihr dementsprechend auch zustimmen oder halt nicht. Hier geht es letztendlich darum, dass ihr helfen könnt, Android als System zu verbessern. Sprich, wenn mal eine Fehlermeldung auftritt oder ähnliches, dass ihr letztendlich den Leuten helft, den Jungs helft, das Ganze zu verbessern. Auch hier stimmen wir einfach mal zu. Hier ist nochmal eine kleine Kurzeinweisung oder Anweisung, wo man die Möglichkeit hat, das Gerät nochmal ein bisschen kennenzulernen. Wie ich letztendlich Apps herunterlade, wie ich mit dem Google Assistant sprechen kann, sprich den Fernseher per Sprache steuern kann, wie ich die Möglichkeit habe, vor meinem Handy auf den Fernseher etwas zu streamen per Chromecast, auch das geht alles. Nun geht es weiter mit dem Land. Dazu passend natürlich Deutschland. Aufgrund der Soundtechnologie sage ich dem Fernseher an der Stelle jetzt letztendlich, ja, wie ich ihn aufgestellt habe. Also sprich auf dem Tischfuß oder an der Wand. Ihr habt ja entsprechende Befestigung dafür mit dem Lieferumfang enthalten. In unserem Fall ist es der Tischfuß. Wir betreiben das Gerät logischerweise zu Hause und nicht im Geschäft. Hier an der Stelle könnt ihr euch für Philips Smart TV, sprich nochmal einen kleinen separaten App Store von Philips selber registrieren beziehungsweise anmelden oder ihr nutzt halt einfach nur den Google Play Store. Könnt ihr natürlich auch jederzeit später machen. Jetzt geht es letztendlich zur Empfangsart beziehungsweise Auswahl. Sprich habt ihr Kabel, habt ihr Satellit, habt ihr touristisches Fernsehen. Wählt hier einfach auch das Passende aus. In unserem Fall ist es jetzt Satellit. Wir bestätigen das Ganze. Können dann im Satellitenbereich auswählen, ob wir ein Tuner oder zwei Tuner nutzen, sprich ob wir eine Zuleitung oder zwei Zuleitungen haben. Das ist im Bereich der Aufnahme sehr, sehr wichtig. Im Satellitenempfang, das heißt, wenn ihr ein Programm gucken möchtet und ein zweites parallel aufnehmen möchtet mit einer optionalen Festplatte, müsstet ihr dann dementsprechend zwei Tuner, zwei Zuleitungen haben. Würde das dann entsprechend auswählen. Genau. Würden dann auf Suchen gehen, sprich den Sendersuchlauf starten und dann geht es auch schon los. So, der Sendersuchlauf ist abgeschlossen. Wir haben dann als nächstes die Möglichkeit, da könnt ihr natürlich später auch noch wesentlich mehr in die Tiefe einsteigen, aber zumindest mal Schnelleinstellungen festzulegen, das heißt für Bild letztendlich, was Kontrast, Farben, Schärfe, Helligkeit und so weiter angeht. Und wie ich finde, sehr, sehr interessant. Ihr könnt auch Schnelleinstellungen fürs Ambilight letztendlich festlegen. Das heißt, an der Stelle könnt ihr bestimmen, welche Wandfarbe ihr habt. Man sieht es hier sehr schön im Hintergrund, dass sich die Wandfarbe ändert, sodass sich das Ambilight entsprechend an eurer Wand anpasst. So, auch das haben wir ausgewählt. Hier sind noch mal ein paar Hinweise zur Handhabung letztendlich von OLED-Displays, sprich, ja, was man tun sollte, um zu vermeiden, dass irgendetwas einbrennt oder ähnliches. Das heißt, gebt dem Fernseher Zeit, sich zu refreshen, sprich macht ihn nie ganz stromlos, setzt ihn nur in den Stand bei, die Zeit braucht er wirklich. All solche Tipps und Tricks stehen hier drin. Ja, wir sind am Ende unserer Ersteinrichtung angekommen. Abschließend vielleicht noch mal so ein, zwei Tipps, wo Fragen aufkommen könnten. Da wollen wir euch ein bisschen behilflich sein. Ihr bekommt letztendlich über die Home-Taste auf der Fernbedienung, die mit dem Haus gekennzeichnet ist, immer in euer Menü rein, wo ihr eure Apps seht und so weiter. Die könnt ihr euch natürlich auch verschieben. Rechts über das Zahnrad, wie schön beschrieben, könnt ihr in die Einstellung gelangen. Das heißt, dort habt ihr alles Mögliche, was mit euren Einstellungen zu tun hat. Was ich eingangs erwähnte, hier könnt ihr wirklich ganz tiefe Bildeinstellungen machen, was Farbe, Kontrast, Schärfe, Helligkeit und so weiter angeht. Ihr könnt die Toneinstellungen machen, könnt den Aufstellungsort ändern, solltet ihr das Gerät beispielsweise mal von dem Tischfuß an die Wand hängen wollen. Auch das ist überhaupt kein Problem. Hier sind noch mal die Ambilight-Einstellungen. Das heißt, nicht nur die Wandfarbe könnt ihr bestimmen, sondern auch das Ambilight in den Tiefen so anpassen, wie ihr das gerne hättet. Allgemeine Einstellung, sprich die Standortgeschichte ändern. Falls ihr irgendwie mal völligen Quatsch gemacht habt bei der Einstellung, könnt ihr das Ganze natürlich hier auch auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Solltet ihr mal umziehen, könnt ihr Region und Sprache ändern. Also ihr seht wirklich alles Mögliche, Kanäle. Hier könnt ihr dann letztendlich die Sender sortieren, neuen Sendersuchlauf machen, Software-Update. All sowas findet ihr dann im Menü. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, wir sind am Ende unserer Vorstellung. Guckt euch gerne unsere anderen beiden Videos zu diesem Gerät auch an, zu der OLED 934-Serie von Philips. Das ist einmal das Unboxing-Video und auch das Produktvorstellungs-Video letztendlich. Solltet ihr Fragen zur Ersteinrichtung haben, nachdem ihr das Gerät bei uns gekauft habt, ruft uns gerne an, schreibt uns eine Mail. Wir helfen euch da wirklich gerne weiter. Ist überhaupt kein Problem. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.